so willkommen zu einer neuen folge pokémon go ausgegebenem anlass erst mal ist ein neues teaser bild aufgetaucht das seht ihr jetzt hier im hintergrund ich kann mal kurz hier die bildschirm video ich kann mal kurz die kamera ausmachen ja gut da habe ich hinter meinem gesicht habe ich die ganzen ordner versteckt ja gut das ist jetzt nicht so sinnvoll ja seht es ja trotzdem es ist ein neues teaser bild zum go fest aufgetaucht am wochenende ist es ja so weit am samstag geht es im prinzip los samstag und sonntag ihr wisst bescheid wenn ihr ein ticket habt sei dabei auch wenn ihr kein ticket habt sei dabei ihr könnt trotzdem von etlichen spawns profitieren hier seht ihr also wie die familie oder besser gesagt die jugendlichen spazieren gehen schicke ist am start hat sein pikachu visier auf glumanda ist am start hat sein pikachu visier auf und dieser sam mit seinem dicken schädel hat es einfach nur über dem ohr hängen weil woanders hat es nicht hingepasst so passend dazu gibt es jetzt auch in der app wir tun das mal kurz hier so rein eben haben auch noch ein fünfer gemacht da habe ich auf dem zweiten account sogar fünf leute eingeladen und auf dem großen drei hat super funktioniert dann ganz neu was ich auch noch erwähnen möchte ihr könnt jetzt die pokémon box auf 3500 erweitern die ganze zeit ging das ja nur bis 3000 jetzt könnt ihr also auf 3500 erweitern das sind das go fest 500 zusätzliche plätze die man nutzen kann aber nicht nutzen muss kommt darauf an halt wie weit eure pokémon bisher ist ob ihr mit dem platz immer hingekommen seid oder nicht schreibt meine kommentare wie weit ist eure pokémon momentan es gibt welche die haben einfach immer noch 350 pokémon plätze und kommen damit aus ich bin jetzt auf 3500 wie weit habt ihr eure box des weiteren gibt es neue avatar kleidung wenn wir auf individualisieren gehen ich habe hier noch dieses komische summer of galaxy outfit da hatte ich ein video darüber gemacht wie man das bekommen kann und jetzt gibt es wohl neu gratis und kostenlos dieses pikachu visier dass ihr euch schön für das pokémon go fest kleidet gleichzeitig könnt ihr hier auch bei den oberteilen dieses t-shirt zum go fest 2020 reinziehen ist das jetzt schön ist das nicht schön so sommerlich sieht das gar nicht aus finde ich dieses wein rot dieses komische rot was sie haben aber egal wir ziehen das natürlich an wir ziehen einfach immer alles an jetzt passe ich auch zu der dame die ihr hier im bild seht jetzt passe ich auch zu dem komischen typ der da im bild zu sehen ist wir laufen jetzt alle hand in hand hier lang so ich gehöre hier auch mit hin wir laufen zu dritt jetzt durch die gegend jetzt muss ich meinen meine kamera wieder an machen mein handy kann ich theoretisch jetzt mal ausmachen dann muss ich meinen wahl hier reinholen den kleinen adolf adolf der wahl macht immer werbung für den stream am montag und wir kommen noch auf zwei wichtige themen es hat nämlich ein fan geschrieben also ein zuschauer der shadow gamer 055 kannst du nicht mal ein vorbereitungs video für das go fest machen auf was man achten soll habe ich mir extra hier notiert shadow gamer 005 hier steht auch noch drauf der frank dombrowski der möchte mal wieder gbl sehen und hier hinten ist der phil firlefanz der möchte mal ein video über alle meine tattoos sehen so das muss ich mir notieren was da wer wo wie hat und wir wollen anfangen mit dem video natürlich zum go fest weil das ist ja aktuell gestern abend wurde aber auch gleichzeitig noch der ultra bonus veröffentlicht und der samstags zeitplan für sonntag gibt es keinen zeitplan weil sonntag hieß es ja will naientik alles bedeckt halten sonntag ist streng geheim was am sonntag abgeht erfahrt ihr erst am sonntag für samstag sind aber schon sachen bekannt möchte man auch kurz noch mal durchgehen dass ihr also hier den zeitplan habt für die habitate ihr wisst ja es gibt fünf habitate kampf freundschaft feuer wasser pflanze jeweils eine stunde wechseln die und kommen jeweils noch einmal wieder deswegen seht ihr hier ist beginnt also mit kampf dann freundschaft feuer wasser pflanze dann wieder kampf freundschaft feuer wasser pflanze ihr könntet euch jetzt aussuchen immer welche stunde ihr spielt dann vielleicht mal eine stunde pause machen oder ihr sagt ihr spielt die ersten fünf stunden und dann seid ihr fertig vielleicht kommen die erst ab nachmittag dazu dann spielt ihr die letzten fünf stunden so habt ihr auch die möglichkeit alle habitate durchzugehen vielleicht ist eine stunde für ein habitat aber auch nicht so viel bei diesen rauchtagen hat man ja schon gesehen wie schnell eine stunde umgeht gerade wenn man ein habitat hatte man nennt es da auch einfach mal habitat was einem richtig gut gefallen hat und dann ist es schon vorbei gewesen und dann kam das nächste was einen gar nicht interessiert hat ich bin mal gespannt was jetzt nun wirklich am ende in den habitaten erscheint vor allem kampf habitat das sollen ja angeblich keine kampf pokémon in dem sinne sein sondern für für das thema kampf relevante also für die go battle league oder für raid kämpfe relevante pokémon oder was bei freundschaft da alles spawnt wir sind gespannt dann geht es aber weiter mit dem ultra boni mit den ultra boni da hat ja der spieletrain gestern noch ein video dazu gemacht das haben wir gestern in dem live stream wo ich getradet habe fix angeschaut jetzt nochmal die zusammenfassung wer das nicht mitbekommen hat es wird also verschiedene aufgaben geben während der während des go festes städte basiert müsst ihr da challenges meistern und je mehr challenges gemacht werden desto mehr boni werden freigeschalten beziehungsweise gibt es eine drachenwoche da müsst ihr acht von 32 challenges meistern und in dieser drachenwoche gibt es halt vermehrt währenddessen werden alola kokowai sepa dratini kindwurm knacklion und wablu häufiger in der wildnis anzutreffen sein die gibt es auch alle als shiny auch kaumalat wird auftauchen jedoch seltener hm dann gibt es natürlich auch in den sieben kilometern entsprechend diese pokémon plus kaumalat und kapuno aus sieben kilometer eiern kaumalat shiny und kapuno auch das erste mal shiny zusätzlich wird es in der drachenwoche äh einen neuen fünfer raidboss geben sagen wir mal dazu denn raiquaza wird in den fünf sternen raids erscheinen raiquaza sehr starkes mächtiges cooles pokémon plus seine schwarze shiny form auch sehr genial und jetzt dazu kapuno als neues shiny eingeführt in der drachenwoche was so giftgrün und schwarz aussieht und dann hier mit drei köpfen also das ist auf jeden fall heftig das wird die böse brutale gangster ach drachenwoche schwarzer drache schwarzes kapuno grün grün zack fertig wie findet ihr die drachenwoche habt ihr bock drauf schreibt es in die kommentare dann wenn ihr 16 der challenges schafft gibt es die enigma woche hier tauchen pokémon vom typ psychofee auf wie sternndu pipi lunastein sonnfell pupanz und bronzel können auch alle shiny sein sternndu erstmals in seiner shiny form sowie pummeluf und pygraulon und pygraulon feiert sein debüt in pokémon go das gab es bisher nämlich noch gar nicht dann kommen bestimmte pokémon auch in raids bronzong lipomendas pygraulon und die ikognitor formen die buchstaben ultra also u l t r und a wird es in raids geben wer noch kein ikognitor hat hat da die chance sich eins zu sichern zumindest für den pokédex eintrag in den 5 sterne raids wird dioxis auftauchen auch in seiner schillernden form hier steht das gilt dann auch für die angriffsform die verteidigungsform und die initiativeform sowie sogar die jeweiligen shiny varianten mittlerweile weiß man äh dass nicht alle 4 formen in die raids kommen obwohl ich das ultra gefeiert hätte ihr habt eine woche zeit und ihr könnt euch aussuchen welches dioxis ihr raidet welches euch noch fehlt und könnt auf shiny suche gehen und wenn ihr eins habt ratet ihr das nächste bis ihr einen shiny habt jetzt ist es also wirklich so dass nur eine form in die raids kommt in dieser woche das aber shiny sein kann ihr seht hier also dioxis normal wer das nicht kennt war mal im x-raid und die shiny form sieht auf jeden fall richtig genial aus dieses gelbgrünliche dann neu eben stern-du hat ein paar ja farbenfroh nenne ich das anders hat irgendwie so einen depressiven look dieses schimmelgrün und dieses brechblau hauptsache neue shinies sagen wir mal und ein neues pokemon natürlich pygralon wie findet ihr die enigma woche ne hier also die bösen drachen hier dann eher farbenfroh das sind viel mehr farben am start die ochses dieses knallgelb richtig genial hier dieses stein ding was aussieht wie ein darf man nicht sagen und dann stern-du hey endlich wieder generation 1 und für den fall dass 24 von 32 challenges gemeistert werden gibt es auch noch die einal woche und die bietet wohl am meisten neues aus der wildnis und 7 kilometer eiern gibt es dann strawickel und waumball weitere pokemon aus der einal region im molga ebenfalls seltener zu finden seine entwicklungen follikon matri voll waumball und seine evolution elfo nemolga bisa funk keine ahnung ein regionsexklusives pokemon bloß die shiny form von kiesling und seinen äh entwicklungen bloß wieder neuer 5er raid boss nämlich genessekt ihr seht hier sind auch die meisten bilder hier hier sind im prinzip 2 pokemon ihr habt ja im prinzip 3 pokemon und hier habt ihr äh 1 2 3 4 5 6 pokemon wenn man das so nimmt ihr seht also neue pokemon aus der einhall region sehr schön im molga auch sehr niedlich bisofang als neues regionales eingeführt könnte auch die mega entwicklung von tauchos sein dann genessekt was es ja aus der spezialforschung gab mit ticket und die leute mit ticket äh konnten sich das gönnen es sollte eigentlich mal in die x-raids kommen dann gab es keine x-raids mehr wegen corona und jetzt gibt es das einfach als 5er raid boss direkt als shiny auf euer nacken das werden trotzdem noch nicht so viele leute haben plus neues shiny kiesling und das sieht auf jeden fall richtig cool aus ich finde dieser äh lilane berg mit diesen blauen eis diamanten dran macht ordentlich was her gönnt euch das so das sind die drei ähm das sind die drei sachen die es zu beachten gibt beim ultra bonus aber der ultra bonus kommt erst nach dem go fest und ich glaube heute hauen wir einfach alles raus ich denke mal nach dem go fest äh den guide zum go fest die vorbereitung für das go fest machen wir jetzt nochmal in einem extra video brechen jetzt hier ab damit wir das eine thema haben zack und das nächste thema weil der der den ultra bonus schon kennt der muss sich dann nicht 20 minuten irgendwas angucken und kann direkt auf die vorbereitung für das go fest gehen das war es also kurz von meiner seite aus wir gucken gleich auf die vorbereitung für das go fest wenn ihr das sehen wollt guckt euch das an und heute abend gibt es noch das go fest recap plus heute auch noch eine trade session um meinen beutel noch auszuleiern also ihr seht das go fest steht in den startlöchern und wir hauen heute nochmal ordentlich raus wir sehen uns gleich wieder bis dahin peace out vorhaut euer Ramses